Robert Schindl ist ein streitlustiger, altersmilder, sehr linker, humorvoller. Ich finde, er ist ein humorvoller. Maner, Beobachter, Intellektueller. Er ist ein Maner. Oh ja, er ist ein Maner. Das ist schwierig. Der möchte seiner Romanfigur verarbeiten dürfte. So wichtig bin ich nicht. Der sichere Romanfigur wäre, der ein guter Minister wäre. Ich glaube, dass wir das selber nicht wollen. Der ein guter Richter wäre. Aber mit dem ich viel gemeinsam habe. Insbesondere auch den Wunsch, gemeinsam ein Glas Wein oder etwas anderes zu verdienen. Wolfgang Brandstetter ist ein besonnener Sachpolitiker. Ich bin besonnener Sachpolitiker, sofern ich das aus der Entfernung kriege. Unter der Auswahl, die ich sofort als Anwalt engagieren würde, mit dem ich gerne ein Glas Wein trinken würde, mit dem ich ein gebrauchtes Auto abkaufen würde, der mich davon überzeugen kann, EVP zu wählen. Da fällt mir die Wahl schwer. Ich trinke ja kein Alkohol, aber sonst würde ich trotzdem, mit dem ich gerne ein Glas Wein trinken würde. Weil auch die kommunikative Atmosphäre, soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, zufriedenstehen würde. 2 Vielen Dank.